Heute möchte ich Ihnen unseren Lolli-Test von AmonMade vorstellen. Dann fangen wir gleich an. Das ist das Stäbchen. Das Stäbchen wird dann einfach hier in den Mund genommen. Dann wird ein bisschen mit den Backenzähnen drauf rumgekaut. Dann lasse ich es ein bisschen noch in meinen Mund. Solange ich das Extraktionsröhrchen vorbereite. Das kann ich hier schön reinstecken. Dann mache ich das hier auf. So, nun hat sich mein Tupfer vollgesaugt. Dann kann ich das hier rein tun. Ich kann es dementsprechend auch ein bisschen ausdrücken. Dann mache ich das Ganze zu. Dann kann ich die Testkassette öffnen. Das kann man auch schon vor dem Test machen. Dann mache ich drei oder vier Tröpfchen hier rein. Eins, zwei, drei. Und nun warten wir kurz, bis das Testergebnis hochgelaufen ist. So, jetzt sind die 15 Minuten rum. Man sieht ja, der Test ist negativ. Super. Also der Test ist BFAM gelistet und vom Paul-Ehrlich-Institut evaluiert. Ist einzeln verpackt. Es ist eine Gebrauchsanweisung dabei. Und somit ist der Test eigentlich komplett vollständig. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns auf Ihre Anfragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.